herzlichen liebwunsch und als letztes ihr beiden und nochmal und die auch noch so jetzt fragt man sich was soll man hier tun und zwar werden wir wieder markus vorausschicken weil der selbst entscheiden kann wie hoch fliegt wir können das nicht ich komme dann mal mit schrägte mit schrägten mit schnellem schritte komme ich pflege mal lieber musst du das zwischen schock mal sonst gibt es probleme über unschwer erkennen können nein und hoch 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 und runter 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 das gut da wird zu stehen da ist sicher so bitte auspacken und moment mal so nicht so die anderen die ball haben wir so und so alle besiegt alle besiegt jetzt können wir auch sicher durchlaufen ich überlege gerade was der endgegner von diesem tempel war ich weiß es wieder ich weiß es wieder ach ach das war ja hm 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 Wie war das denn noch mal? Musste man denn irgendwie... Musste der mit? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube fast nicht. Huch! Der wird ja ziemlich fertig gemacht, wahr? Ja, komm mit. Wenn du dich verletzt, komm her. So. Ich glaube nämlich, den können wir einfach hier lassen, weil es wurscht. Also der ist uns eigentlich so völlig egal. Ich meine, da vorne ist der Endgegner. Ach ja, genau. Zwei. Nee, nicht ganz hoch. Das ist immer eine Frage, wie. So. Jetzt können wir die beiden noch ein bisschen eingrenzen. Das werde ich auch gleich mal machen. Immer nur Stück für Stück, aber... Denn jetzt... Ach. So. Boing. Boing. Also für die letzte Etappe ist das echt... Leute. Musste das sein? So ein Rätsel. Ach nee, er musste ja mit. Der kommt nicht mit, weil er einfach zu leicht ist. Hui. Nee, nicht da lang, sondern... Noch ein Stück. Es ist... ...nicht... ...mehr... ...weit. Ah. Und jetzt darüber. Mhm. Mhm. Nun müssen wir... ...das Teil von hier. Oh. Mein Bettor ist mal weg. Ach. Kann ich dir nicht mit ansehen. Du. Hier bleiben. Ich. Nach. Instant Classic hier. So. Da das jetzt hinzumachen müssen, ist ein bisschen dämlich. Also können wir gleich mal nochmal das Ding zurückziehen und dann hat sich das. So. Gleich haben wir es geschafft. Der zieht wir nochmal zurück. Jetzt davor. Ja. Ach. So. Gleich. Gleich sind wir drüben. Es ist nicht mal weit. Gott sei Dank. So. Wo ist der Knopf zum Turbinen ausmachen? Haben wir gar nicht. Hä? Hier müssen wir jetzt echt mitnehmen. Das verweigere ich jetzt schon fast. Mann. Ja. Vorsichtig. Vorsichtig. Das war jetzt schon angekommen. Das heißt. Nein. Ich will doch nicht noch los. So. Swing weg. Mann. Komm mal ran. Swing weg. Was? Wo kam der jetzt schon wieder her? Der ist schneller als der andere. Mann. Mann. Ach. Ist es schraubt. Ja. Ja. Doch. Der ist langsamer. Überlegen. Über. Moment mal. Baller mich mal da rüber. So. Baller. Gleich bin ich da. So. Jetzt die Preisfrage. Ich fähre hier gerade nur noch rum. Was soll denn das? So. Gleich haben wir es. So weit sind wir jetzt. Warum kann ich mir den nicht grabben? Hä? Wieso geht das nicht? Wie gehen die Dinger aus? Wie gehen die Dinger aus? Wie gehen die Dinger aus? Vielleicht. Vielleicht ja so. Oh. Jetzt sind drei. So, wenn ich mich jetzt hier irgendwo an die Seite packe. So, in der Ecke. Hahaha. Nein, 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 nein. Nein. Aber wenigstens müssen wir schon mal den da rüberkriegen, Alter. Ich habe jetzt echt eine Viertelstunde dafür gebraucht. Ich fasse es gerade selber nicht. So. Wupp dich. Darüber. Jetzt bleibst du da. Ich komme dich jetzt abholen. Obwohl, ich kann ja den auch festhalten. Dann ist das nochmal ein Problem. Tragen. Gott sei Dank. Es funktioniert. Ach, Leute. Manchmal habe ich echt meine dunklen Momente. Aber nur manchmal. So. Kommst du? Kommst du. So. Äh. 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 Und das ist also der Vorraum. Und das ist also der Vorraum. Hat beim anderen irgendwie mehr Eindruck gemacht. So. Notfallfee. Hoffentlich hört sie diesmal auf mich. Oh. Obine ohne Ende. Uiuiuiuiui. Wenigstens eine. So. Gleich wieder wegpacken. Stiefel. Magietüppe. Äh. Für den Fall der Fälle kann man ja immer mal wieder. Reicht das? Jo. So. Meine lieben Freunde. Auf geht's zum Endgegner.